Ist das jetzt ein... Hätte ich da einen. Wow! Noch einer? Uaaaaaah! Ah! Nein! Das kann ich so vergessen, das schaffe ich nie. Nicht gegen so eine Ninja. Na? Na komm, Tanz ums Feuer. Yeah. Uaaaaah! Puh, harter Kampf, harter Kampf, harter Kampf. Soll ich auf leicht stellen? Nein. Ich schaffe das irgendwie. Irgendwie schaffe ich das. Oh, oh, oh. Ah, merken. Hier liegt HP. So, jetzt wieder die ganz vielen kleinen. So, jetzt musst du sie kommen. Sehr gut. Lass mal den ersten kommen. Oh, den zweiten. Was? Kick! Kick it like Beckham! So. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da haben wir gleich unseren Mr. Oberboss. Ich benutze gleich mal den Ersten. Na, komm schon. Puh. Oh, alles klar. Na? Das läuft gut. Da speichere ich gleich mal zwischen. Na? Ich kann mir jetzt zunutze machen, dass er immer so unglaublich stylisch hier rumkämpfen muss. Da braucht er nämlich so lange für. Na? Ha! Das war wohl nix, ha? Wer auch immer du bist. Was weiß ich? Zahnarzt-Patient? Komische Spange. Ähm. Merkwürdiger Typ. Jedenfalls habe ich ihn umgebracht. Und ohne Zeit zu verschwinden oder HP zu holen. Denn da liegen gleich welche. So, ich hoffe, der ganze Spuk ist jetzt vorbei. Ich habe den Wahnsinn gekillt. Nein. Erst noch seine kleine Mini-Armee. Bestehend aus alten brennenden Fettsäcken. Die mehr Probleme bereiten als der blöde Oberfutzi. Ah. Ja, genau. Prügelt euch gegenseitig. Wow. So. Wow. Was? Oh, weg hier. Da liegt noch eine Maschinenpistole. Ja, gut. Schlagt euch. Immer gegenseitig schlagen. Immer schön gegenseitig schlagen. Er war ganz böse zu dir. Er hat gesagt, fick dich. Ich habe es genau gehört. Er hat gesagt, du bist fett. Er hat gesagt, du hast schlechte Haut. Er hat sie benutzt nie leer. Und er hat gesagt, Halt's Maul! Oh. Stress. Nur Stress. Okay. Super. Wäre noch so viel drin gewesen. Der Wind pfeift. Du schon wieder. Na warte. Diesmal fress du Blei. Diesmal fress du Blei. Na komm nur. Oh du bist schnell. Unerwartet schnell. Obwohl, nein nicht unerwartet. Na? Ja. Wir sprechen uns, wenn du gelernt hast, um Pfosten rumzugehen. Du Vollpfosten. Nein. Wir sprechen uns, wenn du gelernt hast, wie jemand halbem runtergeht. So. Dann war das nicht einer, dann sind das mehrere. Na super. Das sind ja tolle Nachrichten. Und was ist jetzt mit Wendron, seinen Neffen? Was geht bei denen ab? Kann ich hier hinten rum? Nein, das sieht nicht so aus. Das heißt, ich muss davor. Da kann ich auch nicht rein. Ich weiß sogar nicht, wo ich bin. Bin ich... Nein, das ist nicht das Haus. Ich bin schon wieder wo ganz woanders. Und ich dachte, ich wäre so hart im Kreis gelaufen. Ich bin schon wieder woanders. Mutterstöcke. Hm. Arme Rabe. Wow. Noch mehr Stöcke? Das ist gut. Ich sehe... Nein. Nein. Was ist das jetzt? Mega super duper Samurai. Oh je. Na los, komm runter. Komm schon. Ah, ah, ah. Hab ja sonst nichts zu tun. Da ist noch einer. Was? Ich hab kein Licht. Das ist schlecht, was ich hier mehr mache. Ich lass mich jetzt verrecken. Ich fahre Bock. Arschloch. Nein. Ich wollte den Erste-Hilfe-Kasten. Hä? Ja, ne Axt hat er auch noch. Aber ist gut. Jetzt hab ich ne Axt. Hä? Da geht's hinten rum. Oder sind das zwei? Nein, da geht's wirklich hinten rum. Was? Das Brett reicht so weit? Und weg. Shit. Ach, komm. Wie viele sind das denn? Tch. Das Game will mich verarschen. Ich kann doch nicht bei dem jetzt verrecken. Vergiss es. Ich seh ihn nicht. Wow! Saving. Na, was ist mit dir? Das dachte ich mir fast. Oh Gott! Metallstücke aus seinem Körper entfernen. Na? Ha-ha! Schulter greifen. Hallo! Ey! Na? Und reiß das Ding raus. Oh! 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 Noch mehr von euch kleinen Wichsern. Ich jag das Ding bis zum Erbrechen. Erbrechen. Oh! Ah! Ist schon zu spät. Ist hier irgendwas? Ich seh nix. Schaufel. Nein. Ich bleib bei meiner Axt. Nichts erweist mir so treue Dienste wie das Teil. Krieg ich da hoch? Ich weiß es nicht. Nein. Aber... Ich bin... Du konntest. ... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Musik Ich bin... Ich bin... ...